Willkommen zu Nervenum spielt. Ich bin in Battletech auf Ankara und wie das bei den Battletech-Spielen üblich ist, ist auch mein Sohn Tim wieder dabei. Hallo! Der Wolverine muss noch repariert werden. So ist der noch nicht repariert. Ich glaube, das war das Einzige, was das letzte Mal kaputt gegangen ist. Gut, wir gucken mal bei den MagWarrior, ob ich hier noch etwas verteilen kann. Das habe ich, das habe ich. Mal als nächstes Taktik. Der Glitch, die hat nicht genug Punkte. Und Yana hat Punkte. Ne, das hast du schon. Achso, das habe ich schon, ja. Ronin musste mal gucken. Training confirmed, Commander. Training complete. Das noch. MechWarrior Training. Das noch. Ronin. Ich habe auch noch nicht genug. Ich bin hier. Und Thunder. Ich bin hier. Oh, guck mal, ich habe nur einen Mann und drei Frauen. Ich bin hier. Ronin ist die Frau. Gioni. Und Thunder ist Alina. Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Die Männer, die Verletzte ist. Entschuldigung. Der Name allein schon bedeutet auf eine Frau hin. I can live in mine. Nein, warum? Nein, ich meinte... Waiting for order. Ja. Der bedeutet schon auf eine Frau. Standing by. Also auf eine Frau. Standing by. Standing by. So. Ähm. Wir gucken mal, was wir hier jetzt noch tun können. Außer die Priority Mission. Ja. Dafür müssten wir fliegen. Das bringt ordentlich Kohle ein. Ja, das bringt tatsächlich ordentlich Kohle ein. Wieviel macht die Priority Mission eigentlich an Kohle? 2 Millionen. 2 Millionen. Aber die will ich noch nicht machen. Wir gucken mal, ob wir hier die schaffen. A mid-level restoration official has decided to personal petrol in modern dangerous... Deine bester... Wutschies. Die sollen... Wir sollen die am Leben erhalten. Was meinst du damit? Die... Tapst in einem Griffin durch die Gegend. Und wir sollen dafür sorgen, dass die... Am Leben bleibt. Äh. Ja. Das ist... Ja, die kann nix. Die... Frag mich, wenn auch so ein Namen kommt. Für eine, die nix kann. VIP. Ja. Das ist ein VIP. Das ist irgendwie auf dem Planeten eine hochrangige Politikerin. Und die... Möchte gerne mit ihrem Meck durch die Gegend laufen. Was allerdings auch Folgen haben kann. Ja. Wir sollen jetzt dafür sorgen, dass die am Leben bleibt. Mal sehen, ob wir die Missionen schaffen. Soll die am Leben bleiben oder soll der Meck am Leben bleiben? Die soll am Leben bleiben. Also der Meck, der kann ruhig zerstört werden. Ja, nee, wahrscheinlich auch nicht. Weil ansonsten würde ich die einfach direkt aussteigen lassen am Anfang. Du wirst ja wahrscheinlich nicht steuern können. Ich hoffe ja... Ich hoffe mal schon. Dann weißt du auch, was du tust. Das wird zwar wahrscheinlich 90% aller Fälle daneben schießen. Destroy Enemy Lands. Hoffentlich nur eine. Eine würde wahrscheinlich stehen... Destroy One Enemy Lands. Nein, wenn es mehrere wären, würde Land Sister stehen. Das hört jetzt ja nach einer an. Denke ich auch mal. Wird wahrscheinlich aber zwei sein. Mach mir keine Angst. Vielleicht auch 10? Nein. So, Beginn Mission. Ja. 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 Okay. So, LaFace. Was du hast. Okay. Wird es nicht so smart? Ja. Okay, ich habe viel gemeinsam. Ja. So, what do you need? Ah, she has a PPC and a L.A.M. I'm taking the shot. The L.A.M. is dropped. And with the PPC you can shoot when you want. So, let's see if I can catch something. What is this for? The Cicada. The Laser. What can I do for you? So... What? Yeah! Critical hit! Unsteady. Waiting for orders. Confirmed. I don't know. I don't know. I don't know. That's a new one. Unsteady eliminated. Unsteady. Yeah. Capelon, yeah. Capelon, yeah. Understood. Youettel. It's something like Coordinator or do it? No. Um... 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 Um um... Um um... Um um... Um 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 Ich glaub's aber nicht. Nee, das Directorate wird doch von der, äh, von Liao unterstützt. Das ist Liao. Ich wollte sagen, das gehört dazu. Ja. Das ist Liao. I'm here. I'm there. I'm here. I'm here. I'm here, I'm there. Check mal nicht um umzuwerfen. I'm here. I'm here. I'm here. I'm steady. Ich muss sehen, dass ich jetzt möglichst bald alle kriege, bevor die Liao kommen. Der hat sie 20 mal getroffen, oder? Ne, der hat vorbeigeschossen. Damage minimal. I hear ya. Don't need to tell me twice. It's going toe to toe. When I shoot you, you'll take it and like it. I'm receiving you. Critical hit, Commander. Ja. Die Liao, ja. Gut. Das heißt, du solltest dich eher um die anderen kümmern. Weil sonst kämpft. Die kämpft dann ja auch gegen mich. Ja, aber wenn die sich erst einmal freie anziehen kann. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich auf die schieße. Das sind nämlich vier schönsten. Ja. That's all you got. Jetzt guckt er dich noch an. Ja. Wo ist das Ding gemein? Ist es umgefallen? Ich glaube, den habt ihr irgendwo ein einziges Mal gesehen, oder? Vor Monaten war das. Ja. Eigentlich wäre er zurückgefährt. Ja. Ja. Der muss wahrscheinlich heftig zerstören. Jawohl. Ich bin nicht auf dem, denn bei denen zerstören schon die anderen. Ich will den dann nicht zerstören. Ja. Bei den anderen, die beiden jetzt stehen. Ja. Es ist nicht. Ja, das ist nicht. Ich bin 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 nicht. Ups Schießt er auf mich Gut Gut Ich muss sehen ob ich das einigermaßen gefahrlos rein kriege Was haben wir denn da? Ein Shadowhawk Ein Javelin Und da oben steht ein Grasshopper Mit der AT20 kannst du sowieso nicht schießen Und guck mal auf den Shadowhawk Den drücke ich gerne Engaging Target Du hast beide getroffen Ja Ich weiß nicht ob der Grasshopper ein Reparatur war oder ob das ein anderer ist Ich verstehe 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 Sвоig Haupts enjoying Wir müssen nur hatte K 천�り Tabil ich eine reale Ich glaube das war eine Rauchbombe. Not taking a pounding Commander. Waiting for orders. Firing everything I've got. I'm here. 10-4. Was war das Bein? Der fällt um. Der steht drauf. 2 Stray Shots. Report internal damage. Yep. Moving to position. LLM 10. Die hat ja schon die Kopftreffer ergattert. Jetzt machen wir mal. Eben alle kriegen. Egal ob du. Ne der macht total weh. Nehm lieber einen mit dem Laser. Das darf doch mal ein Rohr sein. Das darf doch mal ein Rohr sein. Das war noch Kopftreffer. Jetzt rumpelst du weg. Dammit. Schick mal nicht. Läuter. Der ist ja gerade da. Das ist ja auch. Das ist ja auch. Nice. Got past the armor. Commander, I lost a weapon. Die Muster sofort weg. Guck mal auf ihre Nähe. Ja, ich hab's gesehen. Oh nein, das war's für die Kader. Oh nein, das war's für die Kader. Puh! Einen Rücken schießen. Einen Rücken schießen. 20 Meter. Einen Rücken schießen. Mess'em up. Mess'em up good. I'm under heavy fire. I'm done. Einen Rücken. I'm done. Einen Rücken. Einen Rücken. Destroyed. Come on. Send me a real mech warrior. Ja? Ich weiß nicht, dass der Gryphon mit der Bremse ist. Ja, ich weiß. Oh, der Gryphon ist auch nicht für den Wettbewerb. Vorbei. Rechter Torso, Rechter Arm. Rechte Seite. Knockdown. Ist vor Scham im Boden versorgen. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Momentan ist er noch Kluge? Ja. Das ist so. Jetzt sind sie wahrscheinlich mit Krupp. Ja, los. Jawohl. Und nochmal. Wie war sie so stark? Zweimal genutzt? So. Es ist nur noch der Shadowhawk da. Ja, der wieder auf geht. Und dann nur noch. Ja gut, der Gryphon ist aber noch... Was hat denn eigentlich der Shadowhawk für Waffen? Nur noch die... Der ist in dem 2, da hat sie 5. Gut zu gehen. Nur Ammo-Bot. Ja. Ja, das ist jetzt heftig. Affirmative. Das ist ein Biss. Ja, ich bin gespannt wie lange sie ausfällt. Was schätzt du? Was schätzt du? Ich sitze 60 Tage. Genau, dafür haben wir fast eine Million genug. 800.000. 853.000. 52.000. Was hast du denn eigentlich geschätzt? Gar nichts. Sooo. Was nehmen wir denn mit? Was nehmen wir denn mit? Den Grasshopper? Jedenfall den Grasshopper. Und Shadowhawk. Shadowhawk. Gibt's hier nur... Nein, das hängt. Wieso hängt das? Du hast Autoklinker an. Manchmal passiert das halt, wenn man zu oft irgendetwas macht. Vielleicht ist doch einfach das Lenkrad an oder sowas. Mach mal Lenkrad und Pedale aus. Ja. Der Lenkrad ist wahrscheinlich nach oben oder? Nein. Nee. Mach mal die Maus aus und dann wieder an. Versuch's einfach. Die Maus steckt... Steckt die auch irgendwo drin? Ja. Steckt hier. Jetzt. Nein. Seine Maus. Die Maus. Ach. Das ist doof. Jetzt musst du etwas von da unten nehmen. Jetzt geht's. Jetzt klappt's. Kannst du die LRM Ammo wieder wegnehmen? Jetzt nehmen wir den... Dragon. Der macht am meisten. Ja. So. Dann müssten wir jetzt den Grasshopper komplett haben, oder? Ja. Willst du den gegen irgendwas austauschen? Na klar. 70 Tonnen Maus. Ich hab doch keinen 70 Tonnen Maus. Doch. Der ähm... Wenn du jetzt Jager Maus sagst, den hab nur ich. Nein. Der ähm... Thunderbolt? Nee. Der Thunderbolt ist kein 70 Tonnen Maus. Der andere, der äh... Das Maus hast du gefragt. Er ist für kämpft. Ich glaub den 70 Tonnen Maus, den du meinst, gibt's nicht. Thunderbolt. Wir sind 65 Tonnen. Gehen wen wird's gegen die Spider? So. Guck mal, du hast fast 6 Millionen. Ja. Den Dragon. Da müssen wir ein Refit machen. Ja, der waffelt von worden. Wenn der Maus zweimal auf den Medium Laser kommt. Da ist er. Du hast 41 Medium Laser. Ein normal. Noch ein Medium Laser? Und da unten ist nichts. So. Wir sind der Grasshopper. Der LM5. Large Laser, Medium Laser. Noch ein Medium Laser. Medium Laser, Medium Laser. Medium Laser. Schon schon. Guck mal, wie viel Panzerung der hat. Den solltest du unbedingt benutzen. Ja. Genauso viel wie der Thunderbolt. Ja. Ja. Aber guck mal, wo die LM5 ist. Das heißt, mit der kannst du auch schießen, wenn alle deine andere Waffen kaputt sind. Mhm. Das sieht doch ganz gut aus. Und du hast nur 300.000 verbraucht. Ja. Warte. Wie lange dauert denn der weg? Bis der wieder ganz fest ist. Das sieht man da nicht. Der Dragon 9 Tage. Wolverine ist in einem Tag fertig. Der Dragon in 9 Tagen. Und in 19 Tagen ist Indiana wieder fit. Ja. Wenn das schon vermute Repo aus. Oder was anders ist. Das sind jetzt seine letzten Missionen. Ja. Müsste ich im Prinzip gucken. Ja. 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 Ich will jemanden haben, der auch trifft. Okay. Da kann ich nichts machen. Doch. Witzig. Ja. Witzig. Ja. Witzig. 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 Ja, aber da warte ich bis... Ja. 8000 Einwohnern. Nee. Nee. Mach nicht. Warte einfach. Was brauchst du? Kannst du auch? Ja. Da warte ich aber auch. Gut. Mal gucken wir hier das nächste Mal weiter.